Hallo, schön Sie zu sehen. Sie haben hier etwas besonderes vor in unserer Kirche oder sagen wir mal in dem Garten der Kirche. Können Sie uns das kurz erklären, was Sie hier vorhaben jetzt in den nächsten zwei Wochen? Ja ganz kurz, ich bin Gilles Delecq, ich wohne hier in Penning, ich bin Franzose und mit meiner Frau Caroline Schrock. Wir organisieren einen deutsch-französischen Zirkusaustausch. Das heißt, ein Jahr sind wir in die Bretagne mit 20 Jugendlichen, 10 Franzosen, 10 Deutschen und ein Jahr sind wir in Berlin. Dieses Jahr sind wir in Berlin und zwölf Tage lang werden die Jugendlichen zusammen leben, kochen, Berlin entdecken, trainieren und am Ende dieses Austauschs gibt es eine Vorführung und die Jugendlichen werden einfach zeigen, was sie innerhalb von diesen zwölf Tagen kreiert haben. Wir sind unterstützt vom OFASCH, der deutsch-französischen Jugendwelt und dadurch haben wir eine Sprachanimation, auch eine Stunde am Tag und auch eine Erinnerungsarbeit. Und dadurch gucken wir, dass wir so Seelenwürdigkeit in Berlin sehen, die auch mit der Geschichte Frankreich, Deutschland haben. Okay, super. Und diese Aufführung dieser Nenner hinterher, also dieses Ergebnis dieser Gemeinschaftsarbeit, die Sie dann präsentieren werden, die findet auch dann hier statt bei uns im Garten der Kirche. Es wird wahrscheinlich am 31.07. stattfinden. Okay, na gut, davor werden wir uns nochmal sehen und dann vielleicht doch nochmal ein paar Eindrücke von Ihrer Äxten hier irgendwie mitbekommen. Dann wünsche ich Ihnen bis dahin viel Erfolg. Danke. Danke schön. Tschüsschen. Tschüss. Tschüsschen.